Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Ich bin gerade in München. Wir haben so kurz nach acht. Bin heute früh sehr, bin sehr früh losgefahren heute und bin hier gerade bei einem Fußballturnier. Ja, du wirst es nicht glauben, ich habe damals zwölf Jahre im Verein Fußball gespielt und ich wurde eingeladen von ProSieben, so ein Turnier mit allen Firmen, die dort antreten von ProSieben. Und ich bin echt mal gespannt, habe schon lange kein Turnier mehr gespielt und hoffe trotzdem, dass ich dann auch das ein oder andere Tor schießen werde. Die Vorrunde ist jetzt vorbei. Ich bin ja mit Studio 71. Leider hat es nicht ganz gereicht. Wir werden fast unschlagbar ausgeschieden. Ich glaube vier Spiele unentschieden, das letzte dann doch 3-0 verloren. Sehr ärgerlich und ich bin auch ziemlich durch, aber hat Spaß gemacht. Jetzt gibt es noch was zu futtern und heute Abend ist noch eine coole Party. Wir hatten jetzt überraschenderweise doch noch ein paar Spiele. Da ging es um Platz, ich glaube 15. Und ja, ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass das Spiel vorbei ist. War dann doch noch ein Spiel und leider bin ich ordentlich umgeknackst. Hier kann man sehen, ich bin extra schön getaped. Hier sieht man mal den dicken Knollen an der Seite. Das ist ziemlich ärgerlich. Ich wollte heute eigentlich noch nach Hause fahren. Und danach ist ja eine große Party. Deswegen dusche ich jetzt erstmal, lasse mich dann bandagieren. Und dann hoffen wir mal, dass ich relativ schnell wieder fit bin. Denn das ist ziemlich ärgerlich, wenn man wegen so einem Fun-Turnier auch sich verletzt. Geht ja um gar nichts eigentlich. Aber trotzdem will man natürlich sein Bestes zeigen. Und naja, jetzt mal schauen, wie ich damit Bandage ausschaue und ob ich heute Abend noch heimfahren kann. Nach dem Fußball-Turnier bin ich jetzt hier auf einer schönen Party von ProSieben. Geht richtig was ab mit dem Anwalt meines Vertrauens hier. Servus. Servus. Und wir essen hier gerade schön. Was gibt es hier zu essen? Wunderbar. Schön aufgeheult. Fleisch. Nur das Beste vom Besten. Auf jeden Fall, ja. Die Party ist vorbei für mich. Ich hink wie so ein Invalide. Schmerzen sind dann doch ein bisschen größer geworden. Und deswegen gehe ich jetzt leider schon um 9 Uhr heim. Die Party fängt jetzt erst an. Wo muss ich hier raus? Ja, und deswegen muss ich jetzt schon gehen. Schade, aber so soll es halt sein. Ich bin jetzt in Würzburg angekommen. Wir haben kurz nach 12 Uhr, wenn du schon mal eine Bänderdehnung hattest, dann war es eine schmerzhafte Sache. Und ich habe leider den Fehler gemacht und bin jetzt 300 Kilometer nochmal gefahren mit der Bänderdehnung und einer Kupplung. Und das Ganze schaut dann so aus. Mal sehen wir es. Richtig fettes Ei. Richtig dick. Kann man hier vielleicht nochmal sehen. Sieht man das? Ja, hier richtig dickes Ei. Schön eingecremt jetzt. Ja, aber trotzdem ein cooler Tag. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Studio 71. Dass ich da mitspielen konnte, war eine coole Sache. Leider natürlich dieser kleine Ausfall. Aber hat mich auf jeden Fall gefreut. Nächstes Mal werde ich mich da besser vorbereiten. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder. Mach's gut. Bis dahin. Dein Flavio Simonetti. ZDV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-DV-D